Der Bahnhof Ostkreuz wurde, so wie er sich heute zeigt, von 2006 bis 2018 bei laufendem Betrieb vollständig umgebaut. Untertitelung des ZDF, 2020 Neben dem Bahnhof steht ein denkmalgeschützter Wasserturm, ein weit sichtbares Wahrzeichen. Der Bahnhof wird inzwischen nicht nur von der Berliner S-Bahn, sondern auch von Zügen des Regionalverkehrs genutzt. Hier halten die Züge der Linien S3, S5, S7, S75, S8 und S85, sowie die Ringbahn S41 und S42. Achtung am Gleis! Achtung am Gleis! Ein Züge durch! Musik Der Bahnhof Ostkreuz bietet viele Umsteigmöglichkeiten, beispielsweise zum Flughafen BER, aber auch nach Brandenburg, Cottbus, Dessau, Wismar und noch viele weitere Stationen. In diesem Fall glovesivend, dann zie ich uns gleich wieder einmal vorstellen, dass dem Fl knee urgsam. So, dann hab ich mich einfach im Werkfeld。 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020